Ich bin der Florian Martin-Priersch, komme aus Dornbirn und bin derzeit neun Jahre alt, aber wie im September 10. Stop the rub, 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 can't stop the rub, can't stop the rub. Florian, was ist denn deine Lieblingsmannschaft? Der FC Bayern München. FC Bayern München und warum? Weil dort auch mein Lieblingsspieler spielt, weil sie ziemlich gut sind und weil sie mir einfach gefallen. Wie heißt denn dein Lieblingsspieler? Franck Ribéry. Hast du schon eine Idee, wer bei dieser EM gewinnen könnte? Frankreich. Und wieso gerade Frankreich? Weil dort mein Lieblingsspieler spielt, der Franck Ribéry. Und spielst du selber den Fußball? Ja, ich spiele beim FC Dornbirn U10-1 Fußball und habe mir schon große Erfolge gekriegt. Wie lange spielst du selber schon? Ich bin jetzt im, glaube ich, fünften Jahr und eigentlich hat es mir eigentlich immer gefallen. Und du hast jetzt so einen ganz tollen Preis gewonnen. Wo hast du dich denn da beworben bzw. was hast du machen müssen? Also beim McDonalds hat man sich bewerben müssen und man hat so eine Bewerbung machen müssen. Und dort hat es so ein kleiner Prospekt gegeben und dort hat man halt verschiedene Sachen ausfüllen müssen. Und freust du dich schon, dass du da unter den Gewinner ausgewählt worden bist? Ja, ich freue mich ganz fest. Ja, ich freue mich ganz fest.